Unser Centerpiece Beast von Michael Pierce zeigt mit Maul, gespielt von Jessie Buckley, eine der stärksten Frauenfiguren der jüngeren Filmgeschichte. Bei dem Versuch aus ihrem Alltag auszubrechen, trifft sie auf Pascal und ihre Geschichte beginnt. Besonders romantisch bleibt der ambivalente Film jedoch nicht, denn auf der Insel ereignet sich eine ominöse Mordserie. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wer ist das Beast?